Herr Nüßlein, Sie sind Geschäftsführer des Investor Center Ostbrandenburg. Die Region zieht ja zahlreiche Unternehmen an, insbesondere auch aus Wachstumsbranchen, zum Beispiel E-Mobilität. Welche Standortparameter begünstigen diese Unternehmensansiedlung? Was ist für die Unternehmen in dieser Region attraktiv? Ja, die Region Ostbrandenburg ist nicht erst seit der Tesla-Ansiedlung bei Investitionsentscheidungen, gerade von internationalen Unternehmen, immer mit auf der Agenda. Wir profitieren davon, dass wir auf der einen Seite die Hauptstadt Berlin als unmittelbaren Nachbarn haben und auf der anderen Seite einen der größten Märkte neben Deutschland in Europa, nämlich Polen. Und da bietet die Doppelstadt Frankfurt-Oder Slubice einen guten Ansatzpunkt, um zwei Länder von einem Standort aus zu beliefern. Herr Bergmann, Alcaro Invest entwickelt ja in Frankfurt-Oder hochwertige Logistikflächen. Was ist aus Ihrer Sicht attraktiv an diesem Standort? Warum haben Sie sich ausgerechnet für diesen Standort entschieden? Zum einen sind wir ja seit fast 15 Jahren in Brandenburg aktiv, begonnen damals in Großbern. Mit vielen Immobilien und haben dann den Standort Frankfurt-Oder entdeckt als weiterer Investmentstandort für uns, weil er sehr viele Vorteile bietet. Unter anderem wieder die Lage direkt an der Autobahn. Das ist einer der frequentiertesten Grenzübergänge zwischen Polen und Deutschland. Damit zwei große Volkswirtschaften, wie es Herr Nusslein ja auch schon gesagt hat. Das weitere, wir haben ein sogenanntes Bahnterminal, das wir nutzen können, was genutzt wird, um quasi Ware auch über die Schiene nach Frankfurt-Oder zu bekommen und an unsere Immobilie. Und natürlich das Thema Fachkräfteverfügbarkeit, was ja heute gerade in der Logistikbranche ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Alles zusammen bietet Frankfurt-Oder deswegen für uns ein sehr, sehr guter Investitionsstandort. Herr Heger, wenn man einen so einen Standort baut, worauf legen Sie da Wert? Welche Eigenschaften sind Ihnen wichtig bei einer Logistikimmobilie für diesen Standort? Ja, Herr Bergmann hat ja die Standortvorteile schon angesprochen. Wichtig ist natürlich bei der Immobilie selbst, dass sie natürlich den Ansprüchen vieler möglicher Nutzer genügt. Das heißt, die Drittverwendungsfähigkeit ist für uns ein großes Thema. Wir legen aber natürlich bei modernen Immobilien, die wir aktuell erstellen, natürlich auch einen hohen Wert darauf, das Thema ESG mit einzubauen. DGNB-Zertifizierung, hier streben wir DGB Gold an. Das bedeutet für uns verschiedene Themen, die wir in die Immobilie mit einbauen müssen. Die Immobilie bekommt eine Photovoltaikanlage vollflächig auf der Dachfläche, beheizen mit Wärmepumpen. Eine Logistikimmobilie, die eine Fußbodenheizung hat, ist sicherlich auch etwas, was eher ungewöhnlich ist, ist aber letztendlich in der Kombination, genau um diesen Anforderungen zu genügen, das, was man heutzutage dann tut. Und da legen wir großen Wert drauf. Am Ende kann man die Immobilie eben halt vielfältig nutzen und wir können sie eben halt für viele verschiedene Nutzer zugänglich machen. Auch aus der Situation heraus, dass wir sie vorbereiten, letztendlich auch schwierige Güter lagern zu können. Wir sind in der Lage, hier auch Batterien zu lagern. Das auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern ist sicherlich Deutschland, vielleicht auch europaweit, ziemlich einzigartig. Dann frage ich nochmal, Herr Nüßlein, Welche Rolle spielt denn die Logistikbranche insgesamt beim weiteren Wirtschaftswachstum aus Brandenburg? Logistik spielt für Frankfurt-Oder schon immer eine Rolle. Frankfurt-Oder als alte Hansestadt hat ja schon immer davon profitiert, dass Waren und Güter umgeschlagen worden sind. Und gerade mit unserem KV-Terminal bieten wir sowohl der Logistik als auch der Industrie gute Voraussetzungen, um einerseits CO2 entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette zu sparen, während über den Bahntransport und auf der anderen Seite natürlich auch ihre Güter und Produkte gut in die europäischen Überseehäfen zu bringen. Herr Wilke, Sie sind seit einigen Jahren Oberbürgermeister in Frankfurt-Oder-Oder und nicht jeder Oberbürgermeister nimmt sich die Zeit, extra auf die Exporial nach München zu kommen. Was hat Sie denn dazu bewogen, heute hier zu sein? Und was ist Ihnen wichtig mit Ihrem Besuch hier auf der Exporial? Frankfurt-Oder hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt, auch wirtschaftlich gut entwickelt. Unsere Gewerbeflächen sind durch Erweiterungen, aber auch durch Neuansiedlungen vollgelaufen, kann man sagen. Und die Exporial ist für uns eine gute Gelegenheit, für zwei Themen der Zukunft zu werben. Das eine ist das Projekt von Alcaro. Wir wollen das Scheinwerferlicht genau auf diese Projekte auch richten und Unternehmen gewinnen für unsere Region. Und das zweite Thema sind Industrie- und Gewerbeflächen, die wir jetzt neu an den Markt bringen, die wir anbieten wollen und Möglichkeiten schaffen wollen für weitere Investitionen, in Verknüpfung mit Alcaro, aber natürlich auch für sich genommen. Und dafür ist das hier eine gute Gelegenheit, die wir gern nutzen wollen. Ja, dann ganz herzlichen Dank Ihnen allen für das Interview. Danke. 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 Danke.